Ich würde gerne die Grenzen von Technologien ausloten, um für mich neue Bildwelten zu entdecken. Und ich würde dabei auch sehr gerne analoge Welten mit digitalen verknüpfen. Ich habe eigentlich sehr gerne sehr klare Formen, die sich auch vom Hintergrund absetzen, die ich dann auch nachher weiter bearbeiten kann. Ich reize Technologien aus, weil ich für mich das Gefühl habe, ich kann so neue Bilder entdecken, also für mich entdecken. Wenn in diesem Moment stattfindet, dass ich mich selber überraschen kann, das ist für mich eigentlich das Grösste, was passieren kann. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Die ganze Technologie ist ein extremer Energiefresser. Es gibt natürlich gewisse Blockchains, die weniger stark die Ökologie beeinträchtigen. Aber ich denke, dort müsste sich sicher noch einiges ändern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020